Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Willkommen bei hervorragendem Fußballwetter im Wembley Stadium. An den Mikrofonen sind auch heute wieder Wolf Fuss und der Kollege Frank Buschmann. Wir übertragen heute ein Nationalmannschafts-Freundschaftsspiel. Könnte ein grandioses Spiel werden, Buschi. Ja, das ist so ein Spiel, wie du es dir als Zuschauer wünschst. Spannend, interessant und es ist eins klar. Ja, es wird hochklassig. Und jetzt halten wir uns erstmal zurück und genießen die Hymnen von England und Spanien. Schauen wir mal auf die Aufstellung der Engländerinnen. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Bezüglich der Historie der spanischen Frauennationalmannschaft kann man ja hier fast von zwei Zeitaltern sprechen. Ja, muss ich mir vorstellen, während der Franco-Zeit war Frauenfußball in Spanien schlichtweg verboten. Länderspiele konnten tatsächlich nur inoffiziell ausgeführt werden. Mit dem Wechsel zur spanischen Demokratie kam dann aber auch die Legalisierung und 1983 fand schließlich das erste offizielle Länderspiel gegen Portugal statt. Und da haben wir die Startaufstellung der spanischen Frauennationalmannschaft. Sie wählen ein konventionelles 4-3-3, Buschi. Eine Taktik, die ich sehr mag, führt oft zu spektakulären, torreichen Partien. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Sieht gefährlich aus. Jetzt der Ballverlust. Nobs. ZVauten jetzt. Da verlieren sie den Ball. Unaufhaltsam. Uteas. Schönes Zuspiel. So, geht er gleich gut los hier. Frühstor, das wird interessant hier. Klasse Treffer hier. Da hat alles gepasst beim Abschluss. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Nobs. Nobs. Outen. Nobs. White. Nobs. Ballverlust. Der Ballverlust. Nobs. Guter Vorstoß, kann was werden. Viel Übersicht bei diesem Pass. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Gute Aktion. Ja, könnte was werden. White. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Gute Aktion. Gute Aktion. Gute Aktion. Zieht ab. Der Pass. Stark gemacht. Per Vollspann. Links oben in den Winkel. Was für ein Tor. Da ist es noch mal. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Hier steht es 2 zu 0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Fängt diesen Ball ab. Sie verlieren den Ball. Das ist ein vielversprechender Pass. So langsam wird es gefährlich. Gibt Ecke. Hier nochmal der Treffer von eben. Nicht abgewartet, sondern die Direktabnahme versucht. Und das erfolgreich. Die Ecke kommt. Oh, das war eine gute Möglichkeit. Aber sie hält den Ball. Wir sehen das frühe Pressing. Losada. San Pedro. Jetzt der Ballverlust. Losada. White. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Nobs. White. Sie drängen nach vorne. Guter Aufbau. Jetzt vielleicht die Flanke. Greenwood. Direkt wieder zurück. Klasse Pass. Da verlieren sie den Ball. Buteja. Jetzt wird es gefährlich. Ball wieder zurück. Weg ist der Ball. Leyla. Die Defensive steht. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Weiter geht es mit einem Einwurf. Losada. Leila. Losada. los sada da vergeht viel zeit sie kommen einfach nicht an den ball und die fans sind überhaupt nicht zufrieden paredes korridere superaktion das ist die balleroberung unwiderstehlich los sada da müssen sie aufpassen jetzt korridere mit viel auge holen sich da den ball klasse kommen sie noch mal ran ja ganz energisch ball ist weg gefahr erstmal bereinigt gute aktion gut geklärt erneut so ein hervorragender pass wird jetzt gefährlich sie müssen schneller spielen dann können sie da klatscht der ball an den posten das ist der treffer das tor hat jetzt noch mal eine andere kamera eingefangen danke an die regie dafür jetzt steht es hier zwei zu eins eine enge kiste los sada hermoso sie lassen den ball da jetzt gut laufen leila buteyes los sada paredes buteyes buteyes los sada buteyes buteyes so immer weiter läuft der ball immer weiter suchen sie die lücke los sada hermoso sie passen dem ball gut aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende aktion wenn es jetzt schnell geht damit gefährlich ja könnte was werden fairer einsatz hier so was waren sie draus bei geht direkt wieder zurück chance zur flanke jetzt sie verlieren den ball gute aktion behauptet hier den ball oder ist der ball wieder weg das könnte der gelegenheit werden der ball verspringt das war zu sehen das war trotz bedrängnis keine gute aktion und direkt zurück gespielt mit ihrer passsicherheit kontrollieren sie die partie gerade klasse aktion ball ist weg der ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst nobs und damit ist der ball weg hermoso ball fliegt hoch ein klasse vorstoß da müssen sie aufpassen guter schöne aktion hermoso gefährlich ahnt hier diesen pass weg ist der ball white hermoso da verlieren sie den ball da wäre jetzt viel platz für den konter jetzt vielleicht sie ist heute einfach nicht zu halten logische konsequenz ihr dritter treffer in dieser partie tja wir schauen uns die wiederholung noch mal ab der ball geht ins kurze eck und da werden viele sagen den muss sie haben aber es war auch gut getreten 3 1 heißt es also jetzt klasse einsatz klasse einsatz kabi hermoso könnte konter geben alles könnte was werden jetzt losada jetzt vielleicht die flanke gute aktion schön gemacht jetzt die flanke gutes täglich sie hat sich fair vom ball getrennt klasse pass könnte was werden gut verteidigt gut verteidigt vielleicht der schnelle konnte jetzt vielleicht der schnelle konnte jetzt niemand da alles offen da hat sie freie bahn und damit natürlich leichte spiel wir sehen sie ja noch mal in der wiederholung die abwehr ein chaos haufen ein einseitiges spiel heute schauen sie sich diesen spielstand an noch nops white bei direkt wieder zurück kabi Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. White. Bronze. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Nobs. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Outen. Sie verhauten jetzt. Nobs. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Und da ist der Ball wieder weg. Direkt wieder zurück. Nobs. White. Gute Idee dieser Ball. In höchster Not bringen sie da den Ball doch noch weg. Utea. Hermoso. Guter Pass jetzt. Guter Aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Und das Tor sehen wir noch mal in der Wiederholung. Das lässt sie sich natürlich nicht nehmen. So eine Chance und das aus dieser Entfernung. Die Ecke kommt. Und Barzle ist zur Stelle. Kjetzer Die Ecke. Die Wall. gefährliches anspielen knappe nummer hier aber das war abseits und zurecht geht die fahne da hoch auch wenn es klappt barbie da verlieren sie den ball jetzt vielleicht der wäre gut gekommen aber der schuss wird abgeblockt klar gibt einwurz losada lässt sich den ball nicht abnehmen sie verlieren den ball greenwood outen sie müssen schneller spielen dann könnten sie die defensive überraschen nobs gefährlich und jetzt die chance das war eine gute chance aber der ball wird abgeblockt jetzt kommt die ecke guter einsatz ball ist erst mal wieder weg greenwood nobs Klasse pass. Klasse täglich. Butellas. Losada. Butellas. Fängt diesen Ball ab. Gut durchgesetzt. Gefährlich. Das ist der Treffer. Klasse Treffer hier. Da hat alles gepasst beim Abschluss. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4 zu 2. Corridera. Hermoso. Ballverlust. Ein Länderspiel der besseren Sorte, kann man so sagen. Bin ich bei dir, Wolf. Na, schauen wir mal, wie es weitergeht. Das sah gut aus bis hierhin. Butellas. So, geht er gleich gut los hier. Frühstor, das wird interessant hier. Ja, könnte was werden. White. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Der passt. Stark gemacht. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Das ist der Treffer. Jetzt vielleicht. Sie ist heute einfach nicht zu halten. Logische Konsequenz, ihr dritter Treffer in dieser Partie. Und jetzt die Chance. Und das Tor ist frei. Ja, das Tor war frei, aber trotzdem, den musst du erstmal von dort aus treffen. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Fängt diesen Ball ab. Gut durchgesetzt, gefährlich. Das ist der Treffer. Das war's. Und da war's. Das war's. Das war's. Das war's. Du bist Ruhe. Buteyas. Paredes. Pagnos. Hermoso. Super dazwischen gegangen. Kirby. Nobs. Und direkt zurückgespielt. Jetzt der Ballverlust. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Das könnte was werden. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht dieses Spielverständnis. Ne, der Abschluss war einfach nicht gut genug. Und Steph Houghton. Schirmt den Ball gut ab. Sie suchen die Lücke. Greenwood. Nun Houghton. Der Ballverlust. Könnte jetzt den Anschlusstreffer geben. Steph Houghton jetzt. Das könnte was werden jetzt. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Jetzt ist Platz für den Konter. Schönes Zuspiel. Und hier holt sie sich den Ball. Und Steph Houghton. Starker Aktion verteidigt hier den Ballbesitz. Jetzt haben sie den Ball verloren. Einwurf. Derby. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Greenwood. Nobbs. White. Kirby. Guter Vorstoß. Kann was werden. Weg ist der Ball. Gute Pässe jetzt. Immer wieder wird der Ball kurz und schnell weitergespielt. Sie liegen hier ja auch vorne. Also klar. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Verteidigt da den Ballbesitz. Sie holen sich den Ballbesitz. Gut den Körper eingesetzt. Den Zweikampf führt sie gut. Jetzt hat sie den Ball. Sie treibt den Ball entschlossen nach vorne. Starker Sprint. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Das spielt sie lieber zur Torfrau zurück. Nobbs. Nobbs. Outen. Kirby. Gute Aktion. Scott. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ballverlust. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Gute Aktion jetzt. Klasse Einsatz. Hermoso. Utea. Utea. Leila. Ganz geduldig machen sie das hier. Lassen den Ball schön laufen. Jetzt ist der Platz da. Und er ist drin. Perfekt herausgespielt dieses Tor. Absolut. Das ist dieses Kurzballspiel, das so gefährlich ist. Und da hat man es gesehen. Da kommt keiner dran. Kannst du machen, was du willst. Tja, wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Der Ball geht ins kurze Eck. Und da werden viele sagen, den muss sie haben. Aber es war auch ein gut getretener Ball. Der Ball. Der Ball. Der Ball. Gleich wird hier ausgewechselt. Und jetzt haben wir hier noch einen Treffer. Mittlerweile steht es 5 zu 2. Klasse Aktion. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Klasse Aktion. Nobs. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Und das ist natürlich jetzt der Ball wohl Lust. Hermoso. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Schirmt den Ball gut ab. Da ist sie durch. Der ist drin. Es klingelt schon wieder. Also das könnte richtig schlimm werden. Ja, da muss der Gegner schon mal aufpassen, dass er hier nicht richtig unter die Räder kommt. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und mit einem unglaublichen Spielstand von 6 zu 2 geht es hier weiter. Es ist wirklich leise im Stadion. Die Partie hat bei den Fans Spuren hinterlassen. Ja, die scheinen wirklich geschockt zu sein. Aber die Mannschaft heute auch unterirdisch. Scott. Sie verhauten jetzt. Starke Aktion. Verteidigt hier den Ballbesitz. Schirmt den Ball da super ab. Scott. Nobbs. Greenwood. White. Scott. Outen. Hermoso. Die Chance auf den Konter. Sie suchen die Lücke. Hermoso. Jetzt können sie flanken. Jetzt ist es gefährlich. Lozada. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Jetzt der Ballverlust. Der Ballverlust. Das könnte gefährlich werden. Hermoso. Buteja. Gut den Körper eingesetzt. Jetzt. Vielleicht. Lozada. Den Ball kann sie sich holen. Da kommt sie gut raus. Nobbs. Bronze. Scott. Nobbs. Nobbs. Sieht gefährlich aus. Sie haben den Ball. Sie verlieren den Ball. Das sieht vielversprechend aus. Scott. White. Schöner Spielaufbau jetzt. Nobs. Da versuchen Sie es mit dem Doppelpass. Ja, setzt gut den Körper ein. Such die Lücke. Ball kommt. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Scott. Ein guter Doppelpass. Nobs. Klasse Tackling. Jetzt können Sie vielleicht kontern. San Pedro. Da verlieren Sie den Ball. Ballverlust. Klasse Einsatz. Und da ist das Tor für Spanien. Sie legen noch mal einen drauf. Ganz starker Auftritt von Ihnen. Sie lassen einfach nicht nach. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genauer anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Scott. Nobs. Zählfauten jetzt. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Ruhiger Spielaufbau. Das sieht gut aus. Nobs. Scott. Ah, das könnte was werden jetzt. Nobs. Scott. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Nobs. Und Steph Houghton. Klasse Aktion. White. Klasse Pass. Klasse Pass. Schöne Aktion. Super durchgesetzt. Abwehr hat aufgepasst. Jetzt der Ballverlust. Jetzt der Ballverlust. Das könnte eine Gelegenheit werden. Scott. Nobs. Nobs. Verteidigt. Und jetzt die Chance. Ecke. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Die Ecke kommt rein. Die Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. San Pedro. Uteas. Gut den Körper eingesetzt. Hermoso. Gefährlich. Jetzt können sie flanken. Da ist der Ball drin. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Zehn Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Scott. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Starke Aktion. Verteidigt hier den Ballbesitz. Jetzt wird es gefährlich. Scott. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ja, könnte was werden. Ja, das hätte was werden können. Toller Pass. Gute Aktion. Nobs. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Buteas. Lozada. Klasse Einsatz. Hermoso. Klasse. Spielt den Ball mit der Hacke. Stimmt den Ball da super ab. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Hermoso. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Wieder ein guter Pass. Der Ball läuft gut heute. Klasse Passquote. San Pedro. Sie haben Platz. Gibt Ecke. Und jetzt gehen sie über die Flügel. ecke kommt ins zentrum und da kommt sie mit der faust an dem ball gute aktion klasse pass leila san pedro losada und direkt zurückgespielt guter einsatz ball ist erst mal wieder weg lässt sich den ball nicht abnehmen gibt es jetzt die gelegenheit sieht gefährlich aus mit auge kommt jetzt der ball in den straffraum jetzt ist gefährlich und direkt zurückgespielt mit viel auge holen sich da den ball klasse und jetzt läuft die uhr natürlich für sie sie waren gut im spiel führen sicher und werden das ding hier nach hause schaukeln da passt sie auf geht dazwischen jetzt vielleicht die chance für den konter da kommt der pass und er ist drin ganz aufgegeben haben sie sich noch nicht offensichtlich sie erziehen hier zumindest noch den ehrentreffer immerhin sind sie hier noch mal erfolgreich buschi ja besser als gar nichts kann man sagen am spiel ausgang ändert dieser treffer aber natürlich nichts mehr hier noch mal dieser treffer heute liefern sie offensiv beide eine klasse leistung ab über die defensive höhen wir mal den mantel des schweigens nachdem bislang nicht viel zusammen ging ist das tor jetzt dann doch ein kleiner lichtblick oder geht vielleicht noch mehr buschi kann ich mir beim besten will nicht vorstellen dafür war die leistung bisher zu überschaubar jetzt wird's gefährlich schirmt den ball gut ab tolles zu spiel auch dieses täglich gelingt gutes spiel von hier und jetzt die chance guter vorstoß da jetzt die gelegenheit für die flanke naja jetzt müssen sie aufpassen da ist er drehen ein tolles tor besser als gar nichts könnte man sagen immerhin können die fans mal einen treffer bejubeln zwei spielerinnen sind durch defensiver hat geschlafen der teuterin versucht alles aber den treffer kann sie nicht verhindern das tor hat jetzt noch mal eine andere kamera eingefangen danke an die regie dafür das ist der schlusspfiff das war's für heute die gastgeber müssen hier also eine niederlage hinnehmen also das ist natürlich der herbe niederlage und das hatten sie sich logischerweise ganz anders vorgestellt ja könnte was werden er geht daneben und da haben doch ein paar meter gefehlt der passt stark gemacht sie müssen schneller spielen dann könnten sie die defensive überraschen das ist der treffer jetzt vielleicht sie ist heute einfach nicht zu halten logische konsequenz ihr dritter treffer in dieser partie und jetzt die chance und das tor ist frei ja das tor war frei aber trotzdem den musst du erst mal von dort aus treffen fängt diesen ball ab gut durchgesetzt gefährlich das ist der treffer ganz geduldig machen sie das hier lassen den ball schön laufen jetzt ist der platz da und er ist drin perfekt herausgespielt dieses tor absolut das ist dieses kurz pass spiel das so gefährlich ist schirmt den ball gut ab der ist drin und da ist das tor für spanien und jetzt die chance ecke bei